Hallo, ich bin Frau Luchs und ich möchte euch heute die Vintage Times vorstellen. Die Vintage Times ist ein neues Magazin für Retro- und Vintage-Liebhaber aus der Schweiz. Ich hatte das Glück und durfte die Ideengeber und Initiatoren gerade in Zürich treffen. Und zwar ist das die Elen und der Sascha. Erstmal ein paar Infos generell zur Vintage Times. Das Magazin erscheint viermal jährlich, das heißt zu jeder Jahreszeit gibt es eines. Das hier war die erste Ausgabe dieses Jahr und das hier die zweite. Und die dritte, die erscheint jetzt am 1.12. und zwar das erste Mal auch in Deutschland. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich hier stehe, weil die gibt es jetzt auch auf dem Marktplatz bei FrauLuchs.de. Ich bin wirklich begeistert von diesem Magazin. Es ist wieder ein bisschen was Neues und vor allem endlich mal was für Herren. Elen ist die Redakteurin und hat quasi das Ganze über das Magazin. Sie achtet total darauf, was für Bilder sie mit reinnimmt und was für redaktionelle Beiträge. Natürlich kommen auch Beiträge von außerhalb, aber sie macht sich tatsächlich die Mühe und geht jeden nochmal durch und schreibt den in ihren eigenen Worten um. Das heißt, das Ganze ist wirklich aus einer Hand und mit sehr viel Sorgfalt ausgewählt und hergestellt. Was ich besonders toll finde, ist, dass das Magazin wirklich auch mal was für Herren ist. Hier geht es nämlich endlich mal nicht nur um Mode, sondern auch um gute Männerthemen. Richtig gut gefallen hat mir zum Beispiel der Beitrag über James Bond und den Aston Martin. Tatsächlich kommt er ja schon seit Generationen in den James-Bond-Filmen vor und das wurde hier ganz schön aufgenommen und ein schöner Beitrag darüber geschrieben. Wie nostalgisch, dass eben auch in solchen Kinifilmen aufgenommen wird. Das Jahresabo für die Vintage Time kostet 45 Schweizer Franken. Das sind umgerechnet ca. 40 Euro. Ausgabe 1 und 2 könnt ihr jetzt gewinnen in unserem Adventskalender und euch Ausgabe 3, weil ihr das Ganze gut finden werdet, könnt ihr euch dann auf dem Marktplatz bestellen. Ab 1.12. also auf heute. Teilt jetzt dieses Video, dann könnt ihr die ersten beiden Ausgaben gewinnen und euch die dritte dann nachbestellen. Viel Spaß und viel Erfolg!